Ich brauche mal wieder ein paar Köderfische und aus diesem Grund suche ich mir eine Stelle, wo man richtig schön auf Masse gehen kann. Natürlich nehme ich nebenbei auch noch jede Menge XP mit, jede Menge Geld nehme ich natürlich auch noch mit, mit allen Fischen, die ich natürlich dann irgendwann doch verkaufe, weil sie vielleicht doch ein bisschen zu groß sind. Und ich nehme auch noch Fischfetzen oder Filets mit, also eine rundum gute Sache. Und das Ganze macht man natürlich irgendwo da, wo einfach die Masse auch geht. Also kleine Fische in großer Menge, was natürlich auch ideal ist für alle, die einfach mal eben schnell ein bisschen Cash machen wollen, mit feinem kleinen Setup und gar nicht so Bock haben, die ganze Fahrt raus bis zum 34er zum Beispiel, bis zu den Sandbängen. Sondern man bleibt einfach hier im Fjord und geht an die Spots, die eben auch im Fjord überall verteilt sind. Man muss bloß einfach mal ein bisschen gucken, wo man sich hinstellen kann. Man kann ein bisschen testen und sofort ballern irgendwo die Fische rein. Alle brettern immer 20 Minuten raus bis zum 34er, bis zum 41er. Ein ganzer Teil vom Boots-Ticket ist dann schon abgelaufen, wenn man erstmal hier unten angekommen ist. Und dann fängt man quasi erst an. Man kann allerdings schon in den ersten 3-4 Minuten hier vorne im Hafen sozusagen, im Fjord selbst, super geile Spots beangeln. An der 38, hier knapp oben drüber, hier an der tiefen Stelle oder in diesen Zwischenbereichen dann immer. Hier oben war ich jetzt gerade. Und eine meiner liebsten Stellen ist einfach hier die 5, dieses 5 Meter Riff. Super flach, man muss quasi einfach nur auswerfen, ist sofort in Grundnähe und kann dann sofort loslegen und die Brocken rausziehen. Super praktisch natürlich auch, wenn man noch gar nicht so weit ist und diese ganzen Beifänger hat und den ganzen Schnickschnack. Sondern man wirft einfach aus mit einem einzelnen Köder, ist sofort in der Nähe vom Grund und gib ihm. Jetzt im Moment bin ich eher knapp daneben. Ich habe einen Schnurclip gesetzt auf 20 Meter. Und sobald der dann da angekommen ist, fange ich dann auch nochmal ein bisschen an zu pilken. Meistens ist jedoch so, dass in der Absinkphase schon ein Biss kommt. Und das Einzige, was ich halt jetzt beachte, ist, dass ich genau immer zur richtigen Uhrzeit an der richtigen Stelle bin. Denn die Uhrzeiten hier sind ja entscheidend. Wir fahren jetzt gerade wieder zurück in Richtung offenes Meer. Das heißt, die Drift zieht uns jetzt gerade wieder raus. Und das müssen wir halt beachten. Ab 18 Uhr ändert sich die Drift wieder. Dann geht es wieder zurück in die andere Richtung. Wir gucken uns das gleich auch nochmal genau an auf der Map. Und dann zeige ich das nochmal eben, wie die Drift ist. Und wo man sich dann hinstellt, damit man eben ganz gezielt einen speziellen Bereich eben beangeln kann. Damit sich das auch richtig lohnt. Das ist genauso auch wichtig fürs Angeln dann auf den Sandbänken und so weiter. Also ganz gezielt gucken, wo will man hin. Ich will jetzt hier gerade diesen Bereich beangeln. Also diese dunkle Linie von da oben bis hier unten sozusagen. Das schwankt das hier. Aber das ist halt genau dieses 5-Meter-Riff. Und man sieht, ich bin auch sofort hier wieder in Grundnähe schon angekommen. Ich bin jetzt knapp daneben. Wahrscheinlich könnte ich hier auf der anderen Seite, wenn ich da drüben auswerfe, schneller in diesem 5-Meter-Bereich sein. Aber hier sieht man oben in der Ecke ja auch noch, hier ist es 20 Meter tief. Ich habe auf 20 Meter geklippt und habe hier auch tatsächlich Bewegung in Grundnähe plus das Pilkenstehen. Also win-win. Beides eigentlich ganz gut. Andererseits will ich eigentlich gar nicht so im Grundnähe unterwegs sein. Ich will ja die Makrelen und so. Und die sind dann eher so im Freiwasser. Aber wenn da im Grund auch noch irgendwie was reingeht, nehme ich das auch gerne mit. Hier mal so eine Alm oder einen Lump. Ich nehme auch gerne ein paar Köhler mit, denn ich brauche noch wieder ein paar Filets. Deswegen bin ich ja gar nicht so fies drum. So, jetzt muss aber hier ein bisschen was passieren. Ich ziehe mal wieder ein bisschen höher. Gehe mal so auf 15 Meter. Wieder ein bisschen ins freiere Wasser. Zack, und da kommt auch sofort der Biss. Das wollen wir hier so haben. Perfekt. Und die Makrele wollen wir auch haben. Also, wohin stellen wir uns? Wohin positionieren wir uns? Zu welcher Uhrzeit? Wenn du es perfekt timen kannst, nimmst du natürlich eine der Uhrzeiten und versuchst genau um 12 oder genau um 18 Uhr irgendwo zu sein. Wir haben es jetzt gleich 18 Uhr. Und das heißt, ich fahre jetzt mal noch ein Stückchen weiter in diese Richtung hier. Ich orientiere mich jetzt gerade nur an diesem kleinen, an der kleinen Map hier. Denn das ist quasi jetzt das Detail. Und wenn wir uns die große Map angucken, geht die Drift immer so schräg rüber. Also, das ist die Drift. Mal ist es vielleicht ein bisschen mehr schräg, mal ein bisschen weniger schräg. Aber ich sage mal so grob, diese Richtung, das ist die Drift. Man sieht es eben auch an ganz vielen Stellen. Da kommt man ganz gut mit klar. An verschiedenen Rinnen kann man mit dieser Drift eigentlich immer ganz gut hin und her brettern. Weil man eben längere Zeit eben auch durch diese Rinnen dann durchfahren kann. An manchen Stellen ist es dann eher unpraktisch. Da ist die Linie oder sowas oder der Kanal halt genau verkehrt. Aber da muss man halt ständig korrigieren. Oder der Spot ist sehr klein und dann wird man halt schnell wieder rausgedriftet. Jetzt haben wir 18 Uhr. Das heißt, ab jetzt geht die Drift wieder in die andere Richtung. Wenn wir jetzt hier an der Stelle sind, positioniere ich mich also am besten so ein bisschen noch rüber. Also, ich fahre jetzt nochmal so ein bisschen auf die andere Seite. Ich gebe auch jetzt gerade nicht so viel Gas. Mach sofort den Motor wieder aus, weil er fährt ja immer noch so ein bisschen nach. So. Und jetzt geht die Drift gleich. Schiebt uns jetzt gleich in die Richtung. Und die Richtung ist eben exakt hier das Riff unter uns. Also, wir sehen das jetzt hier auf der Map. Wir sehen natürlich nicht, wo die Drift hingeht oder sowas. Das sieht man halt nicht. Das muss man einfach wissen. 18 Uhr werden wir jetzt wieder rüber gedrückt. Das heißt, wenn wir jetzt hier auswerfen, haben wir jetzt die ganze Zeit während der Drift. Wir müssen uns dann die ganze Zeit eigentlich nicht mehr darum kümmern, aber wir haben die ganze Zeit eben jetzt diese Drift in die Richtung und fahren quasi schön genau die Linie ab, die wir haben wollen. Und wenn du, sagen wir mal, hier auf dem 34er bist und du willst vielleicht da diese Linie hier vielleicht mal abfahren, so in diesem Bereich dich lang driften lassen, dann musst du natürlich gucken, um wie viel Uhr bist du da. Wenn du um 18 Uhr hier oben anfängst und denkst, boah geil, ich guck mal, dass ich hier unten hintreibe, treibst du halt genau in die andere Richtung. Heißt also, wenn du dich positionierst, immer darauf achten. Wenn du nicht ganz sicher bist oder es vergessen hast, einfach mit dich draufstellen und einfach mal gucken, wohin es geht. Immer nur bedenken, der Wechsel ist alle sechs Stunden. Also, 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr. Und dementsprechend dann am besten positionieren, damit du quasi so wie jetzt, jetzt haben wir 18 Uhr, wir driften jetzt gerade nach oben. Das würde dann bedeuten, auf der 34er Bank stellt man sich vielleicht eher hier unten hin, weil man dann genauso drüber driftet, bis ungefähr hier oben hin. Das müsste ungefähr passen von der Strecke, die man so zurücklegt während der sechs Stunden und dann geht es eben wieder zurück. Wenn es jetzt 18 Uhr ist und du stellst dich hier oben hin, ist halt eher schlecht, denn du wirst halt weggedriftet und kommst eben gar nicht auf diese Sandbank drauf, sondern bist dann davon eher weg. So, jetzt nutzen wir es aber aus. Ihr seht, wir sind sogar schon ein ganzes Stückchen hier weitergegangen und wir sind hier auch weiter drauf. Zielfische sind hier gerade, wie gesagt, für mich Makrelen, gerne auch ein paar Köhler. Hauptsächlich aber ein paar schöne kleine Makrelen, die ich dann alle schön auch zu Köderfischen machen kann. Und dann werde ich die Schön... Seeskorpion, auch nicht schlecht, nehme ich natürlich auch gerne mit. Die nehmen wir dann fürs Köderfisch an. Und dann eben mal gucken, was damit so geht. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Zeit, Bewegung in Grundnähe. Ja, wenn das dann trotz allem zu steil ist, also die, ähm, zack, da haben wir schon wieder bis, die, das Riff ist ein bisschen steiler, als die Drift einen wegtreibt. Da muss man halt zwischendurch auch mal ein bisschen korrigieren. Und dann eben wieder auswerfen. So, jetzt sind wir hier genau an der Kante. Ansonsten natürlich auch immer gucken, was wird auf dem Echolot angezeigt. Auch das ist super essentiell. Das Echolot funktioniert. Das Echolot zeigt dir Spots an. Das Echolot verlinke ich dir auch nochmal, wie das funktioniert. Im Tutorial wird das auch nochmal erklärt. Und dann weißt du auch, an welcher Stelle, in welcher Tiefe dann die Spots sind. Na, jetzt haben wir hier offensichtlich eine Stelle für die Seeskorpione. Da fahre ich direkt ein bisschen weiter. Die will ich nämlich hier nicht haben. Zack, Stückchen weiter. Motor wieder aus. So, nochmal ein Stück rüber. Da haben wir kurz hier die Kante von dem Riff geschriffen, gestriffen. Und haben hier natürlich direkt den Ausschlag. Das war hier mal kurz die Kante von dem Riff. Jetzt sind wir aber direkt wieder daneben. Und da will ich auch sein. Heißt du, war sogar schon bei 10 Meter Tiefe. Das heißt, er ist sofort schon wieder Grundberührung. Ich bin eigentlich eher lieber so ein bisschen links oder rechts daneben, weil die Makrelen eben auch eher so im etwas tieferen Bereich unterwegs sind. Also ruhig im Bereich so von 10, 15 Meter plus. Und dann klappt das ganz gut. Ich meine, wenn du hier einfach nur mit einem kleinen Pilker unterwegs bist und keine Beifänger hast, dann ist das Flache hier mit 5, 6 Meter. Ist natürlich ideal. Total auswerfen, sofort Grundnähe. Zack, zack, sofort ein bisschen pilken. Und man hat relativ schnell eben auch die kleinen Fische. Ansonsten eben im tieferen Bereich probieren. Oder eben noch weiter oben. Da war ich auch anfangs und hab dann da auch ganz gut die Makrelen rausbekommen. Da ist auch ein Bereich so um die 30 Meter Tiefe. Und wenn man dann da so um 15 bis 20 Meter Tiefe den Clip einstellt, dann lüppt das auch wieder ganz gut. So, jetzt kann ich mal gucken, wo wir hier sind. Also fürs Makrelenangeln gerade nicht so ideal. Da muss ich gleich wieder eher so ein bisschen hier auf die Spitze. So hier in dieser Area geht das auch mal wieder ganz gut in diesen Bereichen. Hier oben in diesem Bereich, da ist das auch immer wieder richtig gut. Und wie gesagt, der Riesenvorteil, man muss nicht erst ewig rumgurken und einen Spot suchen und über die großen Sandbänke fahren. Man hat hier eine kleine Area, man hat sie sehr schnell erforscht und weiß dann ratzfatz, wo die Makrelen sind. Und dann lüppt das Ganze. Ich bin gerade komplett auf Rot unterwegs. Hatte allerdings auch schon einen schwarzen Köder mit dabei und so weiter. Ich hatte einen Orangenen dabei und Blau und Gelb. Und bisher waren die schönsten Makrelen auf Rot. Gewichtsmäßig hier genau der 7er wieder bis zu einem Kilo sogar. Was ich gemacht habe, ich habe zwischendurch einfach mal die Hakengröße nochmal verringert. Denn ich möchte ja die etwas kleineren haben. Ich bin jetzt gerade nicht auf Makrelentrophy aus. Da würde ich sogar sagen, wenn du einen Hotspot hast für Makrele, dann sogar die 12er oder 13er Shrimps nehmen. Das sind die großen, die großen Versionen davon. Und da dann vielleicht mit einem 3.0er, 4.0er Haken reingehen. Denn dann hat man deutlich nochmal eine höhere Chance auf Trophys. Allerdings ein bisschen mehr Ausschlitzer. Ja und die Ausschlitzer hatte ich eben auch hier gerade. Da waren einige Ausschlitzer mit bei. Immer wieder die kleinen Fishies, die da raufbeißen. Dann den Schnurrclip kaputt machen sozusagen. Ihn öffnen. Und dann doch nicht richtig gebissen haben. Also so kleine Fehlbisse die ganze Zeit. Und das nervt dann natürlich. Ich will jetzt hier schön auf der Tiefe bleiben. Am besten locker im Schnurrclip. Und damit das hier schön von der Frequenz auch läuft. Ihr seht gerade so ist das halt schon wieder gut. Auswerfen, sofort wieder Biss und einfach alles mitnehmen. Und auch das ist natürlich ideal, wenn man im Anfangsbereich ist. Denn das bringt alles die Chance auf neue Skillpunkte. Mehr Prozente im Meeresangeln, im Grundangeln hier auf dem, zack, im Meeresangeln genau die Prozente. Und da ist halt jeder Fisch interessant. Und tatsächlich bringt das auch auf Masse dann ganz gut Cash. Dann wie gesagt aber hier schön mit einem 3-0er-Haken reingehen. Ein bisschen größer, damit da auch mehr maßige Fische dabei sind. Joa, so viel Geschnacke dazu zum Nordmeer. Ich hoffe da war einiges an wichtigen Infos bei. Ich ziehe jetzt hier noch weiter durch und werde dann gleich am Makrelenspot. Ich fahre glaube ich gleich nochmal ein bisschen weiter hoch hier. Wie gerade schon gesagt, in diesem Bereich hier oben. Und dann da gleich nochmal weiter testen auf die Makrele. Und dann gehen die Makrelen gleich als Köderfisch. Sehr gut, mehr davon. Dann gehen die als Köderfisch gleich raus. Und zwar hinten ins 215er. Dann ballere ich die da hinten rein. Und dann mal gucken, was da an großen Brocken so drauf ballert auf Köderfisch. Wird mal wieder Zeit, mal ein bisschen auf große Dinger zu gehen. Joa, so viel dazu. Rausziehen. Einfach mal hier schön auf Masse rausprügeln. Ob das einfach mit dem Pilker ist oder später dann mit den Beifängern. Da geht natürlich einiges mehr. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwoch und Freitags immer komplett RF4. Und an den anderen Tagen RF4 plus noch ein anderes Game. Bis dahin.